Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Im Arcade Deathmatch. Ich suche es einfach mal wieder, als Abwechslung. Oh wow, ich kann wegrennen du. Ok doch nicht. Es war vielleicht nicht so gut. Wenn jemand... Ich könnte jetzt lame und... Ja komm, ich hab Bock auf Chunk. Ich hab Bock auf Chunk. Ich hab Bock auf Chunk. Na, na, na. Ich hab Bock auf Chunk. Waaat? Äh, warum ist da eine Mercy? Waaat? Die haben eine fucking Mercy dabei. Ok. Ok. Ne, Deathmatch. Wer kennt's? Wer kennt's nicht? Ist ja die Frage. So. Waaat? Ok. Cool. Nice, Mann. Ich weiß auch nicht. Das ist schon fast, äh... Dingens Kirchen. Wie heißt's? Äh, Frieden. Und was ist denn? Äh, was ist denn? Trottel. Hahahaha. Äh, es geht. Ich höre einen Chunk. Regenrum. Sturzieren. Trottel. Haha. Macht Spaß, dass Chunk im Deathmatch ist. voll. Ich hole auf. Komm mal! Run auf, Mida! Komm, 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 komm. Huh! Tada! Ich sterbe gleich, ich bin tot. Ah, schön. Also diese Doomfist, die Ulti hier ist nicht sehr gut, ne? Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, verdammt. Ich bin 5 da. Ich möchte die Lootbox haben. Na, wo das? Schwarz da oben. Es geht! Huh! Ich höre eine Ulti kommen. Warte, ein Doublekill mit der Ulti? Das war nice, Junk. Komm schon! Wo ist er hin? Wo ist er? Da. Komm schon! Ich bin fast tot. Nein! Ah, ich bin in der Top 4 hin. 4 reingekommen. Nein! Aber ich habe ihn noch mit gerissen, oder? Oh, ich bin dritter. Das läuft. Ich bin gut, ne? Muss ich nur mal sagen. Ich bin ein guter Junk. Auch wenn, wenn ich nicht auf Kill kann. Wooo! Ei! Das war nur ein Uhr. Woa! Wow! Woo! Take him the lead! Wirklich? Oh mein Gott! Noch ein! Einen! Komm schon! Nein! Stirb dran! Oh man! Der Adaf! Der Adaf ist gerade ein bisschen... Komm schon! Nein, sie ist gut! Sie ist gut! Eine gute Mercy! Da! War ein Double Kill! Nice! Ich bin so mitten rein gejoint. Und habe einfach Play of the Game. Und... War gar nicht mal so gut. War gar nicht mal so gut. Aber ja... Puh! Wie sie mir einfach vor die Flinte rennen. Ah, schön! So gefällt es mir. Machen wir die Loopbox kurz auf? Also die Loopbox... Also ich durch. Es waren jetzt noch fünf Minuten. Ich war zu gut. Es war zu schnell fertig. Dann geht es weiter mit Deathmatch. Heute gibt es eine Deathmatch-Runde. Und ähm... Vielleicht dauert sie vielleicht nicht ganze 20 Minuten. Weil... Ich weiß. Na gut. Vielleicht drehe ich nach 10 Minuten. Ach... Ich kann mich noch nicht entscheiden. Deswegen strecke ich jetzt ein bisschen. Vielleicht könnte ich es mal probieren mit einem 10 Minuten Part. Wenn es jetzt nun wieder fünf Minuten geht natürlich. Äh... Diesmal spiele ich hier einen, der ich nicht so gut kann. Hm... Tracer. Ein bisschen Tracer üben. Ist auch gut. Aim. Und Tracer üben. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wohin schon. Ist immer so ein Warten, ne? Warum, wenn man reden muss dazu. 3... 2... 1... Ist immer ein bisschen... Was geht? Ich hab dich gesehen. Es geht. Los nach, Leute, kurz. Komm mal. Wow. Ach man! Hat der mir wirklich den Kill geklaut? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist halt ein bisschen unfair gerade. Oh mein Gott. Ach man. Hier was? Ich treff nix! Es ist gerade ein bisschen... Puh! Ich kriege natürlich nur die Assists die ganze Zeit. Wow! Ja, Kill! Ich geh da mal kurz... Heilen! So. Okay. Zwei Kills. Oh! Aber! Haha! Das war ein Kill. Nice! Ne! Ich geh da mal weg von hier. Hat der gerade selbst Mord begangen? Ah ne, der kann ja... Wuh! Aha. Eigentlich schon eine Brigitte wäre... Eigentlich kann sich auch... Selbst... Hi! Ah, ich wollte es direkt eh drücken. Weil wir zu spät. Wuh! Kurz kurz... Nageladen! Zip! Komm schon! Ach nee! Der Hanso. Wat? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh man! What? Ich hab kein... Das mehr! Äh... Recall... Ach! Der war da oben! Hm! Dann hab ich jetzt... Ich hab's direkt... Als... Ich ihn... Verloren hatte... Gedacht... Ach man! Ich bin da mal kurz am... Heilen! Wir hatten... Träger... Das war lieb man. Das war lieb man. Danks, ne? Oh mein Gott. Danke, Widow. Good time. Kannst du knicken. Puh. Vierter wieder. Muss kurz. Hier heilen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Pharah ist gar nicht gut. Wuh. Ich bin fast tot. Nein. 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 Ich brauche Heilung. Irgendwie. Irgendwo. Heilung. Da ist Heilung. Nein. Nein, ich verliere den Punkt. Oha. Das war jetzt ein bisschen. Wow. Na, ich bin da mal. Wuh. Wat? Ach manu. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kannst du knicken. Was? Du bist zu langsam. Hilfe. Hilfe. Ah. Das Tracer ist ein bisschen schwer hier. Hab ich das Gefühl. Oh mein Gott. Kommst du? Ich wollte abstaupen. Weisst du, dass du mich siehst? Ich brauche jetzt die Killcam. Der war auf den Lockshot. Okay. Ein Fünfter. Ach nie. Willst du mich veröppeln? Das ist ja. Ich sag gerade irgendwie nur die ganze Zeit das gleiche. Glaube ich. Ja, dieses Mal. Ne. Na. Oh man. Wir kriegen diese. Fucking scatter new. Woohoo. Oh, ein Jumped Dashen ist ja mal witzig. Oh man. Schade. Hey dann. Was ist das halt? Hm. Hm. Okay. Dieses scatter new betrifft ein scatter nicht mal. Oh man. Aber ich hab so sucht das Tracer. Wenn ich mal funktionierst halt nicht. Sauflut. Okay. Heute mal ein kurzer Part. Ich muss ein paar Dinge aufnehmen. Ich bin gar nicht ins Mikrofon gekommen. Tut mir leid, wenn man das gehört hat. Äh. Folgen. Abonnieren. Alles mögliche. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Man kann auch mir im Battle.net Freundschaftsfrage schicken. Wenn ihr mal zusammen spielen wollt. Ich hab's unten verlinkt. Und hier steht's auch nochmal rechts oben. Äh. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.